In diesem Anwendungsbeispiel wird es nun theoretischer, aber diese Session ist sehr wichtig, gerade dann, wenn ihr Teams neu in euer Unternehmen bringen möchtet oder wenn ihr Probleme in der Umsetzung habt. Denn hier geht es einmal um ein Kommunikationskonzept, denn mit der Einführung von Teams haben wir nicht nur eine Plattform, mit der vieles einfacher ist, sondern wir haben so viele neue Möglichkeiten, so viel neues Potenzial, dass wir dafür eigentlich Regel aufstellen müssen. Die müssen jetzt nicht so ausführlich sein wie das, was ihr hier seht. Das dient natürlich als kleines Beispiel. Wichtig ist eigentlich der obere Part, die Kommunikation an sich und die Erreichbarkeit. Ich habe ein Tool, mit dem ich permanent, jederzeit und überall erreichbar bin, aber natürlich sollten auch dafür Erwartungshaltungen und Regeln definiert werden, wie zum Beispiel, dass niemand von mir erwarten sollte, dass ich am Wochenende auf alles und jeden antworte und reagiere, dass ich permanent erreichbar und verfügbar bin, permanent arbeite. Das soll alles nicht sein. Jeder soll seinen geregelten, gewohnten Arbeitstag haben. Man kann natürlich vieles vereinfachen und flexibilisieren, aber eine 24-7-Verfügbarkeit soll nicht herrschen. Auch sollte die Kommunikation an sich geregelt werden, was auch schon des Öfteren passiert ist. Ich bin in einer Besprechung von Microsoft Teams. Gleichzeitig klingelt mein Handy, klingelt mein Telefon. Ich werde permanent per E-Mails benachrichtigt. Der Chat ploppt auf. Das sollte nicht herrschen. Man sollte ein einheitliches Kommunikationsmittel wählen. In dem Fall natürlich Microsoft Teams. E-Mails vielleicht nur für offizielle Angebote oder Rechnungsstellungen. Diese lassen sich natürlich auch über den E-Mail-Link in Teams verknüpfen und abbilden. Und ansonsten vielleicht auch die Telefonate zukünftig nur noch über Teams abzubilden, wie ihr euch da entscheidet. Das ist natürlich euer Part, eure Entscheidung. Aber dafür sollte es auf jeden Fall Regeln geben. Auch wenn ihr den Planner nutzt, solltet ihr dafür ebenfalls Regeln aufstellen, was viele gerne machen. Mit dem Planner kann ich natürlich mit zwei Mausklicks jemandem ein Projekt oder eine Aufgabe zuweisen. Bei einem Projekt solltet ihr auf jeden Fall immer ein Kick-Off-Meeting durchführen, damit ihr der Person auch erklärt, was ihr haben wollt, was das Ziel ist. Wenn ihr das einfach so zuweist, ohne Erläuterung, ohne persönliches Treffen, kann das natürlich negativ aufstoßen. Und das Projekt kann dadurch auch scheitern, weil keine klaren Richtlinien, keine klare Kommunikation stattgefunden hat. Das alles lässt sich natürlich auf alles Mögliche runterbrechen. Wichtig ist, dass ihr für euch Mindestregeln aufstellt, an die sich jeder halten soll. Selbst wenn es fünf ist, ist es besser, als wenn es keine sind. Wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel. Ich werde euch das natürlich auch anheften. Ihr könnt euch das angucken. Ihr könnt auch gerne Dinge davon übernehmen. Ihr könnt es aber auch komplett anders gestalten. Ich möchte nur dafür sensibilisieren, dass ihr Regeln aufstellen sollt und eigentlich auch müsst, weil mit der Einführung von Microsoft Teams wird die Arbeitsweise komplett auf links gedreht. Vieles ändert sich. Einige sehen es als kompliziert an. Einige sehen es als negativ und Verschlechterung an. Und mit den Regeln habt ihr die Möglichkeit, das in die Bahn zu lenken, wie ihr es gerne hättet. Und die Erfahrung zeigt auch, wenn man Regeln aufstellt, ist die Implementierung und auch die Akzeptanz, die Nutzung, das Ansehen von Teams deutlich positiver und angenehmer, als wenn man sagt, so, hier habt ihr die Plattform, seht zu, was ihr damit macht.